Ja, hi Leute und willkommen mal zu einem neuen Video von mir, nämlich heute gehen wir mal in den Jawoll. Es ist der 10.02.2018 und mal gucken, was die dort so am Jungenfeuerwerk noch haben, hier mal zu sehen. Und ja, ist ein kleines Video, aber ich wollte euch auch mal einfach mitnehmen und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Und gerade nicht schlecht, Leslie Luke Pfeiffer, 24. Bleigießen und so weiter. Eine kleine Ausfall ist da, nicht schlecht. So, noch eine kleine Gesamtübersicht. Gekauft habe ich jetzt viermal Nico Fireballs, das sind schon die aktuellen. Einmal dieses schöne Pyro-Kits-Sortiment für 3,49 Euro mit Fleshing Demon, zwei Packungen Knallherbsen und zweimal Black Bulls in der Achterschachtel sowie einmal Moring Glory. Finde ich jetzt ganz okay für den Preis und dann vielleicht leicht übertrieben. In dem Großpack hier, 24 Stück, ist die Luke Pfeiffer. Sechs Packungen gekauft, haben jetzt 1,29 Euro gekostet und für den Preis bin ich den doch sehr gut. Einfach mal einen kleinen Vorrat mitgenommen. Das war es denn schon. Und ja, dann Tschüss und bis zum nächsten Mal bei mir. Das war es denn schon.